Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder, 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 wieder aus meinem Sportkeller und ich zeige wieder ein paar Übungen, die man ganz leicht nachmachen kann. Und jetzt geht's nach dem Intro los. Pau! 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 So, liebe Leute, die letzte Übung habe ich euch mal teilweise im Zeitraffer gezeigt, damit keiner sagen kann, hey, der macht das ja nur fünfmal und schneidet dann ganz geschickt. Ne, ist nicht so. Wenn man Sport macht, macht man richtig Sport. Ja, das war einmal hier auf den Stepper gehüpft mit Gewichten. Ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt war. Sechzig oder siebzig mal. Müssen wir nochmal nachzählen, keine Ahnung. Ich habe es ja auf Video. Videobeweis. Ja, egal. Also, macht's nach. Sport machen. Geht raus, laufen. Oder macht ihr irgendwas anderes. Ich zähle auf euch. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Danke. 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 eka. Danke. Ja. Vielen Dank.